Ihr seht, wir befinden uns heute in der Landschaft und nicht in der Wohnung. Berlin wird meiner Traumstadt immer ähnlicher. Mein Traum ist nämlich eine Großstadt ohne Autos. Stell euch vor, wir könnten diesen ganzen Platz, den die Kisten verbrauchen, für uns nutzen und wir könnten Frischluft atmen ohne Feinstaub und ohne Abgase. Das ist mein absoluter Traum von der Zukunft. Hallo, ich begrüße euch herzlich zur zehnten Ausgabe des Corona-sicheren Seminars. Es gab eine Pause zwischen der letzten Folge und dieser. Die Studenten und ich haben, wir haben uns via Zoom-Konferenz getroffen und gemeinsam die Entwicklung der Geschichten besprochen. Also das Feedback, das die Studierenden sich gegenseitig geben, ist genauso wichtig wie das Feedback, das ich ihnen gebe. Weil Comics sind ja eine Kommunikationsform, das heißt sie müssen von allen verstanden werden und nicht nur von Spezialisten. Ich habe natürlich Erfahrung darin, wie man Dinge besser machen kann, aber die Kollegen können sagen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Also sie können das Publikum spielen und sie können lernen, wie man Feedback gibt, damit die anderen das auch gut verstehen. Heute ist es vorbei mit Feedback und Kritik. Heute wollen wir nur noch loben und preisen und wir wollen uns die fertigen Comics anschauen. Leider ist es nicht möglich, alle Comics zu zeigen. Also ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl von solchen Arbeiten, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind oder die sich besonders gut eignen für diese Videopräsentation. Wir fangen an mit einer ganz sachlichen Arbeit über Thunfisch fangen. Spanien. Ein kleines Dorf an der Mittelmeerkküste. Vier Uhr morgens. Im Hintergrund hat man ein Kind schreien. Ich habe gar nicht gehört, wie du aufgestanden bist. Viel Erfolg heute. Danke. Hoffentlich kann ich uns mit diesem Job endlich auf Dauer versorgen. Wenig später. Hafengelände. Hallo, ich bin Alvaro Garcia. Ich soll heute hier anfangen. Chef, hier ist ein Neuer. Alvaro, richtig? Pedro Martinez. Ich bin der Kapitän. Willkommen an Bord. Wir fahren direkt raus. Die Crew wird dir beim Machen alles erklären. Auf offenem Meer. Wir umkreisen den Fischraum jetzt und ziehen das Netz gleich von unten zu. Mama? Mama, wo bist du? Mama? Was ist das? Wieso bin ich gefangen? Bleib ruhig, Schatz. Hier ein kleines Loch. Versuch durchzuschwimmen. Ich passe nicht durch. Wir sind sowieso verloren, Kleiner. Wir ziehen das Netz schon hoch. Mama! Er ist doch noch ein Kind. Wow, ich wusste gar nicht, dass Thunfische so groß sind. Das ist noch gar nichts. Ich habe mal ein vier Meter langes Exemplar gefangen. Aber das ist schon zu lange her. Es werden ja auch immer mehr Jungtiere gefischt. Das ist das Problem. Den Ferrari einmal hier abladen. Ferrari? Das ist sein Spitzname für die Fische. Die Tiere sind ein Wunder, beschleunigen schneller als das Auto. Mittlerweile kann man den Vergleich aber auch auf den Preis beziehen. 5.1.2019, Samstagmorgen, Tokio. Die erste Fischauktion des Jahres auf dem weltgrößten Thunfischmarkt, Toyosu Market. Könnte einen höheren Fetteinteil haben. Neuer Rekordpreis. 2,7 Millionen Euro. Herr Kimura, haben Sie mit so einer Summe berechnet? Nein, da es mir aber möglich ist, einen guten Fisch zu kaufen, möchte ich, dass ihn die Kunden probieren. Wer ist dieser Mann dort? Das ist der Japaner, der die Beute kontrolliert. Unser Schiff arbeitet nämlich im Auftrag von Mitsubishi. Die Firma ist der größte Thunfischhändler der Welt. Wenn wir wieder am Hafen sind, werden die Fische direkt nach Japan losgeschickt. Kann mir mal eben jemand helfen, den Hai von Bord zu werfen? Der Hai ist doch schon tot. Wir fahren gleich zurück zum Hafen und das ist nur unnötiger Ballast. Passiert das oft? Bei Ringwarnetzen kommt das schon vor. Am Hafen angekommen. Feuer? Danke. Wie alt bist du eigentlich? 22. Als ich noch so alt war wie du, war das Fischen noch ganz anders. Inwiefern? Ich habe mit meinem Vater damals ein kleines Boot gehabt. Keine großen Netze, nur die guten alten Angelrouten. Das Fischen war damals noch ein Handwerk, was mittlerweile schon fast ausgestorben ist. Genauso wie die Thunfische. Wie ist es dazu gekommen, dass die jetzt auf dem großen Schiff arbeiten? Um mit den großen Fangflotten mitzuhalten, haben wir uns ein größeres Boot und bessere Ausrüstung gekauft. Die kannst du jetzt erstmal weglegen. Wie viele sind es? Gerade mal zehn. Noch weniger als gestern also. Das hat aber alles nichts gebracht. Private Fischer konnten immer weniger mit den großen Firmen mithalten. Vor allem, weil der Thunfisch immer knapper wurde. Schließlich musste ich das Boot verkaufen. Mein Vater verabschiedete sich in den Ruhestand und ich blieb auf den ganzen Kosten sitzen. Wie soll ich das alles bezahlen? Kurz darauf bekam ich ein Angebot der jetzigen Fischereifirma. Ich hatte keine andere Wahl. Die Schulden waren zu hoch. Rodrigo Fernandes hier. Ich nehme das Angebot an. Wann kann ich anfangen? Meine Schulden sind jetzt abgezahlt. Aber die Überfischung ist immer noch ein Problem. Wird die Fischerei nicht nachhaltiger, dann erlebt die nächste Generation den Blauflossen-Bunfisch nicht mehr. Das Ende, Fragezeichen. Super. Mega. Der Kern von Psychopathie besteht im Grunde aus fehlendem Mitgefühl und tiefgreifender Manipulation, um das zu bekommen, was man will. Ich muss mal ganz kurz das zur Seite ziehen. Mein Team war mit einer Studie beschäftigt, die der Fragestellung nachging, ob es für Alzheimer-Krankheit eine genetische Disposition gibt. Im Rahmen dieser Arbeit nahmen meine Kollegen und ich Gentets bei Betroffenen und bei Mitgliedern meiner Familie vor, die als normale Kontrollgruppe herhalten sollte. Als ich die Bilder meiner Familie studierte, bemerkte ich, dass ein Scan das typische Hirn eines Psychopathen zeigte. Da die Aufnahmen anonymisiert waren, ging ich von einem Irrtum aus. Um einen Fehler auszuschließen, bat ich einen Labortechniker, den einen Code, welcher zur Kennzeichnung des Scans genutzt wird, zu entblinden. Das heißt, die Aufnahme mit einem Personennamen zu versehen. Es war mein eigener. Sie müssen ein Profil von meinen Genen erstellen. Ich ließ ein Profil meiner Gene erstellen und erfuhr, dass ich von Natur aus einen Hang zu gewalttätigem, impulsiven, wenig einfühlsamem und risikoreichem Verhalten hatte. James Fellens Theorie, die genetische Veranlagung und nicht das soziale Umfeld, prägt den Charakter eines Menschen. Meine Forschungen sind widerlegt. War mein ganzes Leben eine Lüge? Warum bin ich kein Verbrecher geworden? Ich habe mich gefragt, ob meiner Familie psychopathische Züge an mir aufgefallen sind. Sind euch schon mal komische Verhaltensweisen an mir aufgefallen? Du bist immer so kalt, oberflächlich, empathielos. Du kannst keine zwischenmenschlichen Beziehungen eingehen. Vor einigen Jahren war ich im kalifornischen Nationalpark Death Valley mit, meinem Schwager. Fahr langsamer! Mein Schwager hatte Todesangst. Ich spürte aber nur den Nervenkitzel. In den 1990ern in Afrika machte ich einen Ausflug mit meinem Bruder in die Ketum-Höhlen in Elgon an der Grenze zwischen Uganda und Kenia. Nach zwei Jahren fand er heraus, warum. Hast du mich vor zwei Jahren wirklich nur zu den Höhlen geführt, um zu gucken, ob dort das tödliche Marburg-Virus entstand? Wir haben sogar dort gezeltet. Bist du wahnsinnig? Meine Mutter machte mich darauf aufmerksam, dass ich mich doch mal mit der Familiengeschichte meines Vaters auseinandersetzen sollte. Mein Cousin hätte auch ein Buch geschrieben, welches sich damit beschäftigt. Der Tod von Rebecca Cornell, der erste Muttermord, Hauptverdächtige Lizzie Borden, Axtmord an ihrem Vater und Stiefmutter. Um das Thema besser verarbeiten zu können, beschloss ich, alles niederzuschreiben. Viele Geschichten sah ich nun aus einem ganz anderen Blickwinkel. Der Psychopath in mir ist auch der Titel seines Buches. Vor ein paar Jahren wollte ich abends noch in eine Bar. Auf dem Weg habe ich einen Unfall beobachtet und direkt erste Hilfe geleistet. Ich drückte dem Schwerverletzten mit bloßen Händen das Blut ab. Der sterbende Mann röchelte. Für andere wäre das ein Horror gewesen. Mir gab das Ganze einen Kick. Ich ging danach regelrecht beflügelt in die Bar, um bei den Kollegen mit den schrecklichen Details zu prallen. Ich führte andere auch immer wieder in Gefahr, allein weil mir das einen Energieschub gab. Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Wenn ich mein Verhalten genau analysiere, ist streng genommen alles eine Lüge. Wirklich alles. Auch wenn ich denke, dass ich nie lüge, lüge ich doch die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn ich interagieren möchte, mache ich eine kurze Pause und frage, was würde ein guter Mensch hier tun? Natürlich stellte ich mir die Frage, was bin ich? Ein prosozialer Psychopath. Der Begriff existiert nicht als wissenschaftliche Definition. Psychopathie besteht mit drei Voraussetzungen in Verbindung. Mit der Beschaffenheit gewisser Hirnregionen und der Hochrisikovariante verschiedener Gene. Als dritter begünstigter Punkt gilt die emotionale oder körperliche Misshandlung oder sexueller Missbrauch in der Kindheit. Ich bin James Fallon. Ich habe das Gehirn eines Psychopathen, die Gene eines Psychopathen und eine Familiengeschichte voller gewalttätiger Psychopathen. Hey James, es ist doch langweilig, sich immer nur zu benehmen, oder? Und hier sieht man jetzt nochmal im Ganzen, wie es aussieht. Sehr schön, dann ist ja eine sehr, sehr schöne Arbeit. Danke vielmals. Wer möchte als nächstes? Ich würde gerne. Bitte sehr. Okay, mein Comic heißt Willkommen im Deutschen Land. Und es geht um sprachliche Begrenzungen. Meine Tante meinte immer, jede Sprache habe seinen eigenen Zweck. Auf Panisch spricht man mit Gott. Auf Französisch rät man mit seinen Geliebten. Und auf Deutsch spricht man mit seinem Feind. Schon mit fünf Jahren bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit der deutschen Sprache gekommen. Und seitdem wurde ich sie nie wieder los. Beim Erlernen der Sprache sind mir ein paar Besonderheiten aufgefallen. Als ich 16 war, bin ich in einem Internat in Bayern gelandet. Bis dahin hatte ich bereits elf Jahre lang Deutsch gelernt und war für alles bereit. Hallo. Grüß dich. Wie geht's da? Können wir mit uns noch was trinken? Oder eben auch nicht? Was? Was ist überhaupt Deutsch? Es gab Ereignisse, die mich denken ließen, mein Deutsch wäre sehr schlecht. Kannst du mir bitte die Butter geben? Hier. Aber es ist der Butter. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist sie. Wer ist jede Deutsch-Muttersprachler? Ich habe mich nicht getraut, weiter zu diskutieren. Aber ich wollte wissen, wie es richtig war. Also habe ich meiner Deutschlehrerin von dem Vorfall erzählt. Sie hat mir erklärt, es gab Eindungen, die den Artikel des Wortes beraten. Wie auf anderen Sprachen gibt es gewisse Ausnahmen, wie die Butter. Aber der Lektor, die Bayerisch haben keine. Also sagt man in Bayern, der Butter. Deutsch im Alltag ist anders, als ich es in der Schule gelernt habe. Es war ein Anpassungsprozess, aber nach einer Zeit habe ich mich damit abgefunden. Das hat mir dennoch Probleme gebracht, als ich Jahre später aufgrund meines Studiums nach Hannover gezogen bin. Servus. Du bist in meinem Semester, gell? Soll das feuerlich sein? Aber dieser Akzent. In der Schule war ich nie gut in Chemie. Häufig traf mich die Frage, woher kommst du? Aus Mexiko-Stadt. Ich mochte nicht, dass man es merkt. Aber trotz der vielen Jahre Übung und des rastlosen Nernens fielen mir noch die grundsätzlichen Dinge schwer. Und dann dieser, ähm, dieses, was für ein Artikel hat ein Teuch. Teilweise, weil sie nicht genauso in Svanische übertragbar sind. Das hat sich als ein Problem gewissen, welches deutsche Leute häufig in mexikanischen Restaurants erleben. Dies liegt an der Kennzeichnung der Toiletten. Denn leider sind auch da die Geschlechter der Wörter auf Spanisch umgekehrt. Sorry. Die deutsche Sprache hat aber auch viele Vorteile. Vor allem, wenn es um Wortbildung geht. Nehmen wir das Wort Flugzeug. Damit bezeichnet man ein Zeug, das fliegt. Es könnte nicht einfach sein. Guten Appetit. Ein anderes lustiges Beispiel. Eines Tages saß ich gemütlich am Tag. Dann ist mir etwas Interessantes auf der Wasseroberfläche aufgefallen. Zum Glück war ich bei einer Freundin, die sich mit Artur auskennt. Wie heißen diese kleinen Tierchen, die auf dem Wasser laufen? Das sind Wasserläufe. Deshalb setze ich Wörter immer zusammen, wenn ich nicht weiß, wie man sie sagt. Triffst du dabei auf das richtige Wort? Ich habe eine Erfolgsrate von 80%. Heutzutage stelle ich noch viele Fragen. Warum unterscheidet man zwischen Ausgang und Ausfahrt, die niemand beantworten kann? Und dann kommt Ausflug, was etwas komplett anders bedeutet, als ein Ausweg für Flugzeuge. Gute Frage. Vielleicht, weil Flugzeuge nicht aus der Halle fliegen. Alleine, dass man sich fragen muss, ob sie fahren oder fliegen oder fliegen ist doof. Wahrscheinlich werde ich nie ein perfektes Deutsch sprechen können, aber das macht das Lernen um zu schöner. Das war's. Danke vielmeiß. Man möchte klatschen. Ja, ich finde, das ist eine sehr lebendig erzählte Geschichte und über so Details in der Sprache macht man sich ja keine Gedanken als Muttersprachler und über den Trick, dass du jemand bist, dem die Sprache fremd ist, verstehe ich viel mehr, wie komplex und absurd unsere Sprache ist. Sehr schöne Erzählung. Danke. Bravo. Aber auch der erzählerische Stil fand ich auch voll gut, das hat richtig gepasst, also so dieses lockere Erzählen. Dankeschön. Ja, das war eigentlich richtig gut, also für jemanden wie ich, du kannst auch das gut verstehen, ich habe sofort das einfach alles erkannt, also jemand natürlich, wenn Deutsch fremde Sprache ist, dann kann einfach diese Situation sehr gut verstehen. Das war sehr gut. Hey, Sipi, den magst du gleich weitermachen? Die Geschichte, was ihr gleich sieht, oder ich das vorlese, es ist mein Leben, also es ist tatsächlich in Realität passiert und das ist quasi genau eineinhalb Jahr, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Genau, meine Geschichte heißt Die Prüfung. Jetzt geht es um alles. Ich habe nur ein Jahr Zeit. Willst du mitkommen? Es ist dein Geburtstag feier deiner Cousine. Nein, Mama, ich muss lernen. Zwei Monate später. Sepide, hast du deinen Koffer gepackt? Gleich, Mama, erst mal lernen. Liebes, nimm keinen Buscher mit. Das ist eine Flugreise nach Europa. 14 Tage ohne etwas zu lernen? Nee, Mama, vergiss es. 67.000 Leute bewerben sich für diese Prüfung und nur die ersten 10.000 Leute dürfen studieren. Ich werde diese Prüfung schaffen. Drei Monate später. Ich habe nur drei Tage Zeit. Ich muss mehr lernen. Mehr, mehr, mehr. Die Prüfung von Jahr 2014. Der Prüfungstag University of Art. Sie dürfen nicht miteinander sprechen. Es gibt keine Alternative. Es geht um mein Leben. Zwei Monate später. Ich kann nicht mehr warten. Warum ist das Internet so schlecht? Warum braucht es so lange? Ach, komm schon. Concord 94. Ihre Rang von 67.256 Teilnehmern ist 342. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Ich bin stolz auf dich. Oh mein Gott, ich darf studieren. Ich wüsste es. vier Wochen später. Ich hatte immer Spaß bei den Vorlesungen. Es war anstrengend, aber auch armesant. Ich habe neue Freunde gefunden. Rückkehrstatt war immer lustig. Elham, wie wollen wir die Farben von den Händen abbekommen? Ach nee, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Beim Zeichnen Kurs habe ich immer schon Erinnerungen erlebt. Können wir nachher in die Mensa? Ja, bin dabei. Ich frage noch Kabeo, ob sie mitkommen würde. Alef lief super bis zu diesem einen Tag. Seppide, komm, Essen ist fertig. Ich sollte euch etwas mitteilen. Wir haben uns entschieden nach Deutschland zu fliegen und zwar für immer. Wirklich? Was? Aber meine Uni, meine Freunde, nein, ich komme nicht mit. Wir haben ein großes Problem. Ich bin in Gefahr und deswegen müssen wir weg von hier. Ihr müsst auf eure Mutter hören und fliegen. Ja, du kommst nicht mit, aber Papa, ohne dich geht es nicht. Wie wollen wir dort weiterleben? Oh Mann, nein, ich werde euch besuchen. Es ist eure Sicherheit. Ich fange ab morgen, die unnötigen Sachen zu verkaufen. Nächster Tag. Elham, wir werden nicht mehr hier bleiben. Was? Wirklich? Schwer zu glauben, aber es ist wahr. Ich muss mich von allen verabschieden. Ich werde meine Freunde vermissen? Wie soll ich dort studieren? Was passiert gerade? Oh nein, ich muss auch noch Deutsch lernen. Ein Tag vor der Abreise. Liebe Sepide, wir werden uns wieder sehen. Hab dich, liebe Ella. Pass auf euch auf. Ich werde dich vermissen. Komm bitte schnell zu uns. das war's. Ach Gottchen. Wir mussten einen CBD. Ich war ganz gerührt über die Freudentränen, als du studieren durftest. Das ist ja eine Perspektive, die unser einer nicht kennt. Ich muss noch zu sagen, ich habe jetzt tatsächlich hier ein sehr gutes Leben. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Natürlich die Situation war im Iran auch nicht so toll. Es ist aktuell immer noch nicht so toll. Ich bin sehr froh, dass ich gerade hier bin, aber einfach so daran zu denken, was ich erlebt habe, es ist schon ein bisschen hart. Umso stärker, dass du das mit uns teilst und dass du darüber deinen Comic machst und die Geschichte erzählst. Vielen Dank, dass du uns hast an deinem Leben teilhaben lassen. Das ist nämlich sehr persönlich und das ist richtig stark von dir. Du kannst ganz stolz auf dich sein. Deine Ich bin ein bisschen aufgeregt, es ist das erste Mal, dass ich etwas vorlese von mir. Innen statt außen. Momentaufnahmen einer Pandemie, eine gezeichnete Reportage von Marie-Sophie Seger. Prolog. Herzlich willkommen zum Corona-Update vom 14. März mit Dr. Christian Drosten. Vier Tage zuvor, 21.32 Uhr, Hannover Linden. E-Mail von Uli. Verrückte Zeiten. E. Nur noch verrückter, jetzt eine Exkursion tatsächlich durchzuziehen. Natürlich vollstes Verständnis für jeden, der sich das noch anders überlegt. Wie gesagt, verrückt. So zehn Stunden vorgeplanter Abfahrt. Bei Krankheitssyndromen sollte man sogar unbedingt zu Hause bleiben. Fuck. Was ist denn jetzt mit diesem Husten, der mich ungefähr vier bis sechs Mal am Tag heimsucht? Okay, ja, den verschleppe ich jetzt seit knapp vier Wochen. Kann gar kein Corona sein. Aber was wenn doch? Wie verantwortungslos? Was wenn Teilnehmer A die Mutter B ansteckt und man Ende Oma C daran zu Ende geht? Wirklich, wirklich, wirklich verantwortungslos. Wenn ich es doch hätte. Mein Kopf rast. Dann lasse ich es vielleicht wieder sein. Marie, chill. Zurück zur Rückfahrt. Irgendwo zwischen Basel und Freiburg. Hm, das fängt ja gut an. Lockdown. Ausgangssperre für erste Stadt in Bayern verhängt. Corona-Krise. Keine Ausgangssperre. Noch nicht. Corona-Verkehrsmittel. Warum Radfahren gleich doppeltwürzt? Nein, Quatsch. Spazieren gehen ist schon voll okay. Also, denke ich mal. Aber, es gibt Regeln. Der Abstand, der gehalten werden muss, macht jeden entspannten Spaziergang zum hitzigen Spießflutenlauf. Die Hände bitte in den Taschen behalten und im Allgemeinen nur mit der Hausgemeinschaft auf die Straße gehen. Oder eben allein. Schon jetzt bin ich ziemlich froh, nicht Letzteres zu sein. 18. März, 13.38. Schockierende Bilder aus Italien. Armee transportiert Corona-Tote. Italien. Nach Corona kommt Explosion an Lebensfreude. Positiv getestet. Oliver Pocher hat Corona. Verzwissen. Der Podcast. Macht das Coronavirus bald Sommerpause? Oh, fuck. Du hast mir eben ins Auge gespuckt, ein bisschen. Warum zum Teufel haben Friseure noch geöffnet? Ich bin mir nicht mehr sicher, was mir nun Sorge breiten soll. Ein Virus, das weite Teile der gesamten Welt schnurstracks Lahngelegtheit. Oder aber die Menschen, die sich bereits auf dieses oder ein ähnliches Szenario vorbereitet haben. Anders. Ich meine die, die sich seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, eine Situation wie diese herbei wünschen. Ein bisschen Chaos, dann ein bisschen mehr. Ein bisschen Überlebenskampf, ein bisschen Survival of the Fittest. Aber schon auch mit Töten und Getötetwerden. Dem Gutmenschen-Nachbarn mal ordentlich sein linksgrun versifftes Hirn wegpusten. Einfach auf Prinzip. Wenn er sich vor Angst in die Hose scheißt, einmal herzlich lachen. Mein Kopf rast. Ist schon wieder spät geworden. Die Hoffnung auf bürgerkriegsähnliche Zustände ist fester Bestandteil rechtsextremer Brutschfantasien. In einem imaginierten gesellschaftlichen Chaos sollen die verhassten etablierten Strukturen in Politik und Gesellschaft beseitigt werden. Deswegen sind viele dieser potenzieller Gewalttäter auch Waffen fixiert. Deutschland war. Ich habe Angst. Ich denke, dass es sich anfühlt, als würde ich im Kopf mit mir selbst Tennis spielen. Durch die Pandemie droht eine erhebliche Zunahme von Depressionen und Angstzuständen. Von Substanzmissbrauch, Einsamkeit und hässlicher Gewalt schreiben internationale Forscher in einem Beitrag der Spiele. Ich dachte, aha. Ja, super, danke dir. Wir waren ganz bei dir. Wir waren ganz drin in deiner Erzählung. Michelle, möchtest du weitermachen? Ja, kann ich gerne. Genau. Meine Reportage heißt Zu Häuser. Wenn ich an meine Heimat denke. Immer diese Touris. Los, die Kamera. Traumhaft. Wow, ist das schön hier. Klick, 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 klick. Wer nicht von hier kommt, sieht nur die äußere Fassade. Für einen Moment scheint es, als würden wir das Gleiche sehen. Doch wenn ich zu diesen Häusern blicke, weckt jeder Stein, jedes Detail in mir eine Erinnerung. Wenn ich zu Hause sage, bin ich nie ganz sicher, welchen Ort ich genau meine. Oder sollte ich anstatt zu Hause lieber Heimat sagen? Brauchst du die Schere da noch? Gib mir mal das Geschenkpapier rüber. Hat jemand die Kekse gesehen? Also wir fahren an Weihnachten immer meine Oma besuchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Weihnachten so ganz allein? Sind wir hier richtig? Keine Ahnung. Wer klopft? Klopf, klopf. Dürfen wir reinkommen? Was soll ich mit dem Kleinkram? Tom, das ist sehr lieb von euch, aber ich brauche kein Mitleid. Tom, du wolltest doch erst am Wochenende kommen. Tom? Tom? Mein Mann hat diese Kekse im Bett. Erste Garten. Was wollt ihr hier? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Wo liegt da überhaupt der Unterschied? Wenn man umzieht, ändert sich das Zuhause. Aber nicht das, was man seine Heimat nennt. Schnief, schnief. Komm, mein Schatz, die Ärztin wartet schon auf dich. Mit der Spritze. Es ist doch nur ein kleiner Piekser. Ich will das nicht. Nein, nein, nein. Möchtest du hier noch bis morgen bleiben? Nein. Na, dann wollen wir. Ich verspreche dir, es wird ganz schnell gehen. Das ist alles Mamas Schuld. So, das war's. Wie? Aber die ist ja winzig. Oder wie man sich fühlt, wenn man dorthin zurückkehrt. Was verbindet mich eigentlich mit einem Ort? Ein Schwall von Erinnerungen und Vergangenen. Ohne Dücker, ohne uns. Unsere Bühne, unser Zuhause. Lasst uns spielen, junge Bühne. Rettet das Theater, der Jugend die Kultur. Wir wollen Dücker. Die Erinnerung verblasst mit der Zeit. Quietsch, quietsch. Sag mal du. Ja? Wo kommst du eigentlich her? Na, von hier. Ich wohne gleich die Straße da hoch. Aha. Quietsch. Quietsch. Das meinte ich damit gar nicht. Hm? Ich weiß doch, wo du wohnst. Ich will wissen, wo du wirklich herkommst. Wegen deinen komischen Haaren und so. Aber das habe ich doch schon gesagt. Von hier. Nicht aber das Gefühl, das mich verbindet. Was ist passiert? Bist du verletzt? Ja, jetzt ist es. Es fehlt den Weg. Ich kann den Text gerade nicht lesen. Ich glaube, er sagt sowas wie, ich muss los. Hier mein Name und meine Telefonnummer. Alles weitere klären wir dann am Telefon. Ich glaube, ich habe noch einmal Glück gehabt. Es ist nur mein Knöchel, sonst nichts. Ist alles in Ordnung bei dir? Hat er dich einfach hier alleine gelassen? Moment, ich rufe die Polizei. Nicht wirklich greifbar, aber immer da. Ja. Ja. Ja, das war es soweit von meiner Reportage. Ich habe jetzt am Ende noch ein bisschen von dem Stehungsprozess ein bisschen zusammengefasst und würde euch da auch noch kleine Einblicke geben. Genau, also die Zeichnungen sind alle mit Fineliner und Tinte gemacht und dann digital koloriert. Genau, hier einmal die Zeichnungen, Zwischenstände, Storyboard und so weiter. Und ja, hier links nochmal dann meine Coverentwürfe, die ich gemacht habe. Also erste kleine Skizzen, rechts die Texte, die ich geschrieben habe und hier dann nochmal die etwas ausgearbeiteteren Entwürfe. Genau. Sieht total professionell aus. Danke. Also mich hat das total berührt irgendwie. Ich habe zwischendrin auch richtig Pippe in den Augen, muss ich sagen. Also weil das so, so auch irgendwie so viel Persönliches von dir da drin steckt. Und das aber wiederum auf sehr subtile Art und Weise. Also ich finde, du hast eine ganz gute Mitte gefunden zwischen dem Persönlichen und dann aber auch irgendwo allgemeingültigen. Also Situationen, von denen man immer mal wieder hört. Also auch diese Frage, woher kommst du? Aber trotzdem hast du da, also dass du in dem Fall eben nicht die Hautfarbe verwendet hast, sondern zum Beispiel die Haare oder so. Also solche Kleinigkeiten. Das macht es irgendwie sehr besonders. Fand ich auch richtig schön. Danke. Das hat gut zusammengefasst. Also wirklich schöne Arbeit. Es wird davon, du wirst es drucken lassen, oder? Genau, ja. Ah, ich bin schon neugierig auf das Heft. Aber ich meine, auch bei Marie, ich bin super neugierig auf das Heft. Ich bin sowieso super neugierig auf alle. Ich würde jetzt sagen, rein von der Stimmung her, wäre Julia ein guter, weiter nächster Vortragender. Julia, bist du bereit? Ja, dann lege ich los. Ihr Lieben. Isolation ist kein räumlicher Zustand. Ich bin mir jetzt sicher, nichts ist sicher im Leben. Kann ich mich nur unter außerordentlichen Umständen normal fühlen? Ich halte mich vom Leben fern. Und bleibst du heute etwa auch zu Hause, fragst du, ohne eine Antwort zu brauchen. Vielleicht ist es mit sauberen Ohren leichter auf sich selbst zu hören. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Realität auch. Ich bange um die Momente, die ich schon vor der Katastrophe angefangen habe, zu zählen. Die ersten Blumen in Oma und Opas Garten, den Osterspaziergang, Opas knackende Knöchel beim Treppensteigen, wenn er um 5 Uhr morgens die Zeitung hochholt und sich Omas letzte Träume der Nacht mit dem Geraschel der Seiten vermischen. Gestern habe ich mal wieder bemerkt, dass Erdbeeren Teil meines Lebenslücks sind. Es ist Zeit für uns, antwortest du, als ich dich frage, wie spät es ist. Atme ein, atme aus, atme ein. Im Regen Fahrrad zu fahren, ist wie Duschen in Bewegung. Das salzige Wasser rennt mir über die Lippen und ich bin mir nicht sicher, ob es Regen oder Rotze ist. Jetzt habe ich Durst. Tropfen zu atmen fühlt sich an wie Ertrinken, nur schön, als würde sich der frühsommerliche Dschungel randvoll mit Regenwasser füllen und ich in ihm untertauchen. Während ich den Fahrtwind spüre und mir nicht sicher bin, ob ich weinen oder lachen soll, verschwimmt die Wirklichkeit in sattem Grün. Wenn ich vor Glück fast passen und mit meiner Freude die Straßen schwemmen könnte. Mit dem Regen fällt auch die Entscheidung, dass es schön ist, hier zu sein. Und würde es immer so sein, wie gerade jetzt, wäre es nicht schade, dass es nichts mehr gäbe, was noch schöner ist? Das Leben ist gut zu mir. Ich bin nur manchmal nicht gut zum Leben. Was jetzt nach Selbstverschulden klingt, ist einfach der Lauf der Dinge und ich möchte ihn mir nicht mehr übel nehmen. Ein Versprechen, das sich ebenso gut halten wie brechen lässt. Was der nächste Tag bringt, weiß nicht mal der Morgen selbst. Also wie gehe ich mich in dem Vertrauen, Stunden zu verbringen und mein Glück mal selbst und mal selbstlos an die Hand zu nehmen. Das Leben ist zu kurz, um zu bedauern, dass ich nicht eine andere bin. Heute Abend hat es in meinem Zimmer zum ersten Mal nach Sommer gerochen. So, soviel erst mal zu dem Ausschnitt aus meinem Buch, was bald kommt. Vielen Dank. Die Bilder haben eine irrsinnige Wucht am Bildschirm. Durch dieses... Ich würde das freuen. Die sind großartig, Julia. Wirklich. Danke. Ich bin... Ich habe das noch nie gesehen von diesen Bildern und ich bin gerade total umgehauen, weil die so schön sind. Also es war wirklich so schön und ich habe kein anderes Vortrag dafür. Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel. Danke. Ich zeige euch jetzt einfach noch mal ein bisschen meinen Arbeitsprozess. Angefangen hat eigentlich alles immer mit Fotos, an denen ich mich grob orientiert habe, wie wir es vorhin auch schon mal kurz gehört haben. Ich habe dann eine vereinfachte Bleistiftzeichnung angefertigt, die auch ganz gut dann Grundlagen für so Grauabstufungen in meinen Bildern gegeben hat und habe halt alle Bilder sonst mit Ölkreiden, Ölpastellkreiden ausgearbeitet und hinterher noch mit einem Filzstift definiert. Genau. Hier seht ihr einmal so den Prozess. Meine Küche ist ein bisschen zum Arbeitszimmer geworden. Ich habe mir irgendwann den Zwischenstand der angefertigten Bilder einmal klein ausgedruckt und irgendwie versucht, einen Ablauf an meinem Kühlschrank anzupinnen, wo ich mich dann ganz gut beim Text dazu ordnen, nachrichten konnte. Die Texte sind, wie ihr seht, im Verhältnis zu den Bildern ziemlich groß. Ganz einfach, weil sonst die Struktur des Wachsmalers nicht richtig rüberkommt und man mit diesen groben Stiften einfach nicht so klein schreiben kann. Wie hast du dir eine kurze Frage dann so runterskaliert, dass es nicht verpixelt ist? Also runterskalieren geht ja immer ganz gut, ohne dass es verpixelt. Deshalb war ich damit irgendwie auf der sicheren Seite. Ich habe Fotos gemacht, ich habe die nicht eingescannt oder so, geht ja auch nicht, aber genau, und dann freigestellt. Manchmal musste ich so ein bisschen händisch noch spationieren, manchmal habe ich das am PC gemacht. Hier seht ihr meine Füße. Und das war's. Herzlichen Dank. Danke euch. Okay, jetzt haben wir eigentlich nur noch Mel übrig, wenn ich das richtig sehe. Genau, ja. Alright. Ein Ausschnitt, quasi das erste Kapitel Timecare. Heute ist der letzte Tag meines Praktikums gewesen und bin ich wieder auf dem Rückweg, nachdem ich ein halbes Jahr auf diesem Hof gelebt habe. Die Zeit hier war echt gut, aber dennoch habe ich einiges an Belastung gelassen. Ich bin echt froh, wieder in die Stadt zu ziehen und neue Leute kennenzulernen. Die Strecke scheint unerschöpflich lang zu sein, etliche Kilometer Autobahnen. Naja, eigentlich sind es nur zwei Stunden Fahrt, aber ich hasse Autofahren. Klick. Nächstes Wochenende ist eine Partreihe in Hannover geplant. Noch ist... Einer von 80 Millionen. Ach, halt die Fresse, Max. Ich habe noch nie verstanden, wie so viele Menschen gleichzeitig sich der Gefahr aussetzen können, sich in eine Situation zu begeben, aus der sie selbstständig nicht mehr rauskommen. Und hier stehen wir hier. Stillstand. Alle paar Minuten zwei, drei Meter voran. Motorengeräusche. Wenigstens geht es nicht mehr zurück. Fuck. Ich will nicht mehr stillstehen. Genug jetzt. Häufig gibt es nicht mal einen Grund für einen Stillstand. Durch Ablenkung oder Übermiedung bremst man ohne jeglichen Grund. Durch das plötzliche Bremsen potenziert sich die Bremsdauer der Autos. Dadurch entsteht ein Kilometer langer Stau oder Stillstand. Endlich zu Hause. Schwimmbadoptik und Kloggeruch im Flur. Ich wohne schon seit zwei Jahren hier. Habe aber noch nie wen aus dem ersten gesehen. F.Tank steht am Klingeschild. Letztens meinte mein Mitbewohner, dass dort ein Floating Tank drin sei. Tap, tap. Moin Digi. Bin endlich wieder zu Hause. Hast du Lust auf ein, zwei Bierchen? Sag mal, kommst du vom Mond? Ich bin seit einer Woche in Quarantäne. Solltest du auch sein. Ich bin in der Risikogruppe. Mach keine Faxen, ey. Und nun bin ich hier. Ein paar Tage später wurde ein Kontaktverbot verhängt. Alle Träume von Freiheit sind damit erstmal hin. Ich bin gezwungen, mein komplettes Leben auf meine Wohnung zu beschränken. Ich kann erinnern, wohin mein Lebensraum wird immer kleiner. Ja, das ist das erste Kapitel. Yo, wir sind echt geblättet von den Bildern. Voll mega. Echt super. Danke. Ach, diese Autobahn-Szene, wo das so alles so total verdreht ist, kommt richtig gut, finde ich. Ich finde das auch, das ist eine echt gute Arbeit. Man merkt einfach, dass du dich schon einige Jahre jetzt beschäftigst mit Bildsprache und verschiedenen Stilen und dass du ganz viel ausprobierst. Und das ist hier so ein bisschen, du fährst jetzt schon langsam die Ernte ein. Ich hoffe doch irgendwann mal. Das ist ganz gut. Das ist echt wirklich amtlich. Amtlich. Echt schön. Und das ist ein bisschen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020